Warum sollten Sie als Unternehmen im Bauhaupt- und Baunebengewerbe die PDS-Software aus der Cloud betreiben? Die PDS-Cloud ist die Komplettlösung für die IT Ihres Unternehmens. Neben der Infrastruktur beinhaltet die Lösung professionelle Managed Service-Dienste. So erreichen Sie eine größtmögliche Flexibilität und können jederzeit ortsunabhängig arbeiten. Was bedeutet das konkret? Wir kümmern uns um die richtige Wahl der Hardware, passen den Server jederzeit an ihre Bedürfnisse an und setzen neueste Technologien ein. Die Systeme verfügen über quasi unbegrenzte Ausbaumöglichkeiten in Bezug auf Prozessor, Arbeitsspeicher und Festplatte. So wächst die IT jederzeit mit ihren Anforderungen mit. In der PDS-Cloud sind Ihre Daten sicher aufbewahrt. Wir sichern Ihre Daten täglich in unterschiedliche Brandabschnitte und Standorte. Darüber hinaus kann das Rechenzentrum nur von autorisierten Personen betreten werden und wird rund um die Uhr überwacht. Das Rechenzentrum ist vom TÜV Rheinland als Reliable Data Center zertifiziert. Unsere technisch-organisatorischen Maßnahmen sorgen für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben. Im Rahmen der Managed Services arbeitet unser Team Tag für Tag daran, Ihnen die bestmögliche Verfügbarkeit und Sicherheit zu bieten. Durch die PDS-Cloud erreichen Sie größtmögliche Flexibilität. Sie können von überall aus arbeiten, egal ob im Homeoffice, im Büro, im Kundentermin oder auf der Baustelle. Ob Start-up, Familienbetrieb, Mittelstand oder Konzern, Sie erwarten von Ihrer IT Sicherheit, Verfügbarkeit, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit. In der PDS-Cloud werden diese Faktoren für Sie vereint. Ja, die Hopefully noch mehr im Wasser in der DK1S-Ware. In der PDS-K-A-Strybe v